Wir nehmen Sie wegen Raubes und Mordes fest. Der Täter wollte den Maya-Kalender stehlen. Ich sollte da alleine hereingehen. Gott helfe uns. Das fantasieren Sie sich nur zusammen. Halten Sie mich für so naiv? Zuerst wird hier jemand ermordet und dann tauchen Sie ganz zufällig auf. Was für eine Überraschung. Holmes, sie ist mir entkommen. Wohin ist sie gegangen? Wohin? Ich weiß es nicht. Das wird ein harter Kampf werden.